Mit Holstein Kiel hat es gegen Eichner und Karlsruhe nicht gut funktioniert. Drei Spiele, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Und heute sollte es natürlich anders werden im Heimspiel gegen die Gäste, die in Weiß aber einen ordentlichen Einstieg in dieses Spiel schafften. Und nach 14 Minuten erstmals vorstellig wurden vor Jerzy Pavlenka. Der Schuss von Warnicek noch abgefälscht. Und ein erster Hinweis, dass der KSC weiß Gott nicht nach Bremen gekommen war, um sich möglicherweise ein 0 zu 0 zu ermauern. Die Mannschaft von Christian Eichner ist unbequem, weil immer in der Lage, den Großen ein Bein zu stellen, körperlich gut dabei, so wie hier beispielsweise im Zweikampf gegen Bittencourt. Aber dann ein bisschen zu viel Platz, sowohl für Veljkovic, der die Flanke reinschlägt, als auch für Niklas Füllkrug, der eine erste ordentliche Abschlussmöglichkeit für Werder hatte. 21 Minuten waren da zu diesem Zeitpunkt allerdings schon gespielt. Es brauchte dann schon eine Einladung von Heise für Dux, um diese Chance heraufzubeschwören. Die beste bis dahin nach 28 Minuten. Heise nicht wirklich angegangen. Trotzdem dieser unfassbare Fehlpass. Dux ein bisschen überhastet, technisch nicht ganz sauber. Kurz vor der Pause dann die beste Phase im Spiel des SV Werder, der jederzeit geduldig spielte und an diese Möglichkeit hatte erneut Dux. Diesmal mit der Innenseite zu zaghaft und zu ungenau. Also blieb es zur Pause beim 0 zu 0. Ein Ergebnis, das ihn sicherlich nicht überrascht haben dürfte. Die Art und Weise, wie der KSC verteidigte oft strukturiert, war gut. Werder hatte zu tun und kam so aus der Kabine. Ballgewinn von Groß, Klasse Pass von Groß und noch besserer Abschluss. Diesmal passt alles. 1-0 Werder durch Marvin Dux. Was für eine Serie bei Marvin Dux, der unter Ole Werner im sechsten Spiel zum sechsten Mal trifft. Hofmann mit dem technischen Fehler und dann Groß, Ballgewinn und sofort den Blick nach oben. Der Pass im richtigen Moment mit dem richtigen Tempo. Dux kann das Tempo beibehalten, spielt ihn vorbei an Gersbeck zur Führung für den SV Werder. Die war durchaus berechtigt nach Chancen und Spielanteilen und fasst das 2-0 obendrauf. Nur 5 Minuten nach der Führung erneut Marvin Dux, der schon zum Jubeln abdrehen wollte. Und dann sieht, es könnte noch mal eng werden. Und es wurde eng, weil Gersbeck gut auf den Füßen war. Trotz eines leichten Strauchlers da noch drankommt und das 2-0 in der 55. Minute verhindert. Was war eigentlich mit dem KSC los? 59. Das war los. Hofmann 1-1. 10. Saisontor für Karlsruhes besten Torschützen, der vor der Saison nicht nur im Gespräch bei Werder war. Werder wollte ihn gerne haben, Karlsruhe sagte nein. Und so kam er eben als Gegner ins Weserstadion. Erste Chance für den KSC im zweiten Durchgang und dann gleich das 1-1. Das leitete die beste Phase der Karlsruhe ein. Früher Ballgewinn gegen Groß und dann wieder Hofmann. So unscheinbar und doch so gefährlich. Etwas zu wenig Fahrt in diesem Abschluss gegen Georgi Pavlenka in der 68. Minute. Werder zu diesem Zeitpunkt durchaus beeindruckt, wackelte etwas. Das ist Tide, dann Vanicek und der Ball kommt zu heiße mit Mut. Die Direktabnahme aber etwas zu hoch. In der Hinrunde hätte Werder ein solches Spiel möglicherweise noch aus der Hand gegeben. Aber mittlerweile ist die Mannschaft widerstandsfähig und weiß, dass man sich nicht nur Marvin Dutsch bedienen darf. Sondern vielleicht auch eines eingewechselten Bomby hier und dann Jung per Kopf. 2-1. 76. Minute. Die Koproduktion der beiden Außenverteidiger. Ein Bombe rechts, Jung links in Mittelstürmerposition. Obwohl Karlsruhe mit vielen Mann da im Strafraum war, keiner nah genug bei Jung. Der köpft nicht nur das 2-1, sondern auch den Siegtreffer. Denn dabei blieb es und Ole Werner holt in seinem 6. Spiel als Cheftrainer des SV Werder tatsächlich den 6. Sieg. Aber... Vielen Dank für's Zuschauen. Subscribe my channel for more videos. Und turn on notification to never miss an upload.